was geht ab liebe basketball freunde willkommen zurück zu einer neuen folge von 2k und jetzt wird's richtig spannend zu welchem team gehen wir ich habe die frage für mich selbst natürlich schon beantwortet clippers ja wäre interessant allerdings hast du da schon ein ziemlich starkes team mit paul george kawaii leonard john wall und co die maps war nicht leicht sich dagegen zu entscheiden aber wir haben jetzt schon ein paar mal bei den maps gespielt und später haben wir immer noch die möglichkeit mit luca donchich mal gemeinsam zu zocken wo ich echt auch kurzzeitig überlegt habe pelicans mit zion zusammen geiles team guter mix viele junge spieler auch mit dabei aber wenn es wird dieses jahr echt richtig wild center und ich gehe zu den grizzlies ich spiele zusammen mit jammer and desmond bain jaron jackson jr come on jaron jackson jr und wir im frontcourt das wird auf jeden fall eine geile geschichte und deswegen memphis ab geht's auf jeden fall wir haben Mit dem 18th pick in der NBA Draft, der Memphis Grizzlies wählt M.P. So M.P. and Shep Owens face off later today in the Summer League Championship. A typically low key affair has a little extra juice this year, thanks to a budding rivalry between the mid-first round picks that started on draft night. M.P. M.P. is a terrible pick. I want the entire front office fired! How y'all pass on Shep Owens, fam? Is you stupid? Look, I'm a fan of the city, first and foremost. Yeah. And if M.P. is our guy, I want him to succeed. Thank you. Thank you. This is the year! M.P. is a champion, baby! Let's go! Alright, Shep, a lot of excitement here, but let me ask you, what do you make the fans booing M.P. when they drafted him instead of you? I'm flattered, Nate, but I ain't surprised. I'd boo anyone who passed on me too, especially for M.P. Yo, tell him. I mean, dude got rec league athleticism. Ooh, rec league, you hear that? Now how can you say that when he's been a winner everywhere he's gone, Shep? Yeah, so far. But at the NBA level, my challenge is generational. Let him know, let him know. My style's impeccable. Impeccable. Perfect. There's no one else like me. Nobody. 101. They're gonna regret drafting him over me. Watch. Facts. I can quote that? Absolutely. Quote him. Quote him. Quote him. Quote him. Quote him. Why are you still here? Let's go. Woo! Shep the show! Showtime, baby. You already know. Wow. All right, Kendrick. JJ was drafting M.P. over Shep Owens. The right move or were fans right to boo M.P. on draft night? What? Of course they were right. If I'm from the city, I'm booing M.P., I'm booing ownership, and I'm booing myself for sticking with this terrible franchise. Booing himself. Yeah, I might boo you too, Stan. Okay. Look, city fans know ball, and they know that Shep Owens, Shep Owens, this guy's the truth. I know you've had a lot of coffee this morning, Perk, but you've got no right to disparage M.P. like that. This kid's a collegiate champion, a tireless worker, and everyone raves about his leadership skills. Yes, Shep's a better athlete, but he hasn't won anything. That matters. You know what really matters, J.J., is your boy M.P. is ancient. I'm sorry, what? Did you say ancient or anxious? Ancient. Like dead bird, tall grass, ancient. Okay. We know exactly what he's going to be. A rotation player at best. Shep Owens has all NBA upside. This is a huge mistake, J.J. A rotation player? A rotation player. You don't know what you're talking about, Perk. And if it was such a huge mistake, why did 18 teams pass on Shep? You know what, J.J., that's a great question. That's a good question. And I don't have the idea. Well, I'll tell you why. Not only is he extremely raw, he's got serious character issues. You've seen his reality show. I love it. This, it's okay. It's a good show. This guy thinks practice is optional and LeBron James is beneath him. How do you coach a guy like that? Listen, listen, he's young. He's young. Let's not overreact. He'll learn and he'll grow. You might be right, but nobody knows what either of these guys will be five years from now. So we need to calm down and let things play out. Look, J.J. Hey, at least J.J. is on your side, babe. Honestly, I thought it was going to be way worse than that. Yo, yo, yo! How are my two favorite love birds doing? Ah, we're okay. Y'all check out that Top Tech's Daily segment. All right, look, man. Come on! I mean, there's no surprises, right? No surprise. Like, we knew once those clowns booed you on draft night that they were going to try and make a story out of this. I mean, this mostly flinched me at this point. Mostly. I mean, yeah, I don't want to be booed by fans, but, like, life is good right now. Like, I got a beautiful, brilliant, talented girlfriend who doubles as my business manager and up-and-coming agent. I'm established. Running a boutique agency whose sole purpose is to make the most out of my MBA career? Come on. Yo, where's Ashley, by the way? Like, we should be talking some PR on this. We should. Yeah, no, she had to take her dog to the vet. But, I mean, just a routine checkup, all right? So she'll be in later. Good. But, yeah, man, you know, like I was saying, you know, like, I'm just going through some adversity right now. And that's it. You know, like, this is just another challenge for me to learn and grow from. Exactly. Man, that is exactly the mindset you need to be having, MP. Come on. That's what I'm talking about. Like, right now, you're looking like a Mr. Rogers with high tops. Okay. I mean, but you know what a mean streak. Fam, that's not what I'm going for right now. Hey, Mr. Rogers is a babe. Come on, back me up. Babe, you serious right now? Good guy, great sweaters. You don't like sweaters? Yeah, right. You don't like sweaters. Okay, okay, okay. We can get back to whatever this is later, okay? Okay. Great. Look, I really don't mind if you watch your own press, MP. But afterwards, you've got to flush it, all right? That's right. Summer League Championship game is coming up. It is time to focus. No doubt. No doubt. All right. Come on, let's go. Okay, all right. So if you want to get out into the city, shoot some hoops, I'll leave you to it. But the second you're ready to focus on that chip, come holler at me. Come on. That's right. Got you. All right. See you, Ricky. I'll see you later. All right, man. Babe, you good? Yeah, I'm good. Good. It's all good. I'll check you later, okay? All right. See you. Nice. Good morning. Good morning. Good morning. Hello. Okay. Das war anscheinend bloß irgendwie ein Bug. Coole Geschichte bisher. Also, wir wurden an der 18 gedraftet und Shep Owens an der 19. Warum da so ein riesen Ding draus gemacht wird? Okay, normalerweise regt man sich irgendwie so bei den ersten drei Picks auf, wenn man da irgendwie anderer Meinung ist. Aber soll uns natürlich recht sein. Also, wir haben jetzt hier unser Büro. So, willkommen in deinem Büro. Hier helfen dein Agent Ricky Bennett, deine Publizistin Ashley Sand-Germain-Germain, I don't know. Oh, und deine Managerin, Freundin Mila Garber. Übrigens, Freundin. Ja? Hatten wir in den letzten Jahren, meine Freundin? Ich glaube nicht, oder? Äh, dir dich in deinem Leben als NBA-Star zurechtzufinden. Okay. Das erste, was wir machen müssen. Wo kann ich mich umziehen? Bitte. Ich brauche sofort irgendwie andere Klamotten. Ich brauche solche, lass du mal. So, wir gehen hier rein, Kleidung, die Stadt, oben, Hauptsache irgendetwas anderes. Wir gehen natürlich hier mit Jordan. Okay, das wäre jetzt zum aktuellen Zeitpunkt ein bisschen übertrieben. Blazer. Untenrum. Irgendwie sieht alles nicht so mega geil aus. Kopfhörer. Hauptsache wir haben was anderes an als dieses braune Kack-Shirt. Anders kann man es ja wirklich nicht bezeichnen. Na komm, ich gehe jetzt erstmal mit dem. Entwicklung, Attribute. So, ich habe 100.000 wie sie, weil ich die große Version habe. Und, ja, wollen wir direkt schon ein bisschen was reinbuttern. Wir sind jetzt eine 60. Oder wollen wir das erste Spiel mal so zocken? Was ich vielleicht... Boah, okay, erstmal direkt bei Beschleunigung und Schnelligkeit, dass wir nicht übers Feld traben wie so eine Ente. Komm, ich mache das jetzt mal als erstes. Da kann man da noch nicht wirklich von dem Vorteil sprechen, weil ich mich da bloß in der Athletik verbessere. Und den Rest lassen wir für das erste Spiel jetzt mal so. Komm, wir gehen mal ganz kurz hier durch unser Loft. Also hier ist so eine Art kleines Büro. Da ist eine Küche. Also würde ich übrigens nicht Nein sagen. Sieht richtig nice aus. So, dann hier ist quasi so ein bisschen Empfang. Oder sieht zumindest so aus. Yes. Hier ein kleiner Bereich zum Chillen. Hier so eine kleine Wand. Und da sitzt Ricky. Und da müssen wir hin. Hey, hey. Bereit zu der Arena gehen? Und da sind wir hier. Und du bist bereit. Mila packt du ein bag und ich e-mailed über dein Itinerary. Appreciate y'all, bruh. Anytime, man. Ich wünsche, ich konnte mit dir gehen, aber die MP train nicht mehr ist. Come on, man. Hey, another day, another dollar, right? Du bereits wissen. Aber ich sehe dich hier nachher, wenn du dich vorst. Ja, Sir. Ich freue mich auf das. Have a good one, man. Ja. 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 Okay, erstmal Beef anfangen oder was? Führungsqualitäten, Shep versucht dich zu provozieren. Deine erste Entscheidung als Anführer ist, wie du auf diese Provokation reagierst kühn, wie ein Wegbereiter oder diplomatisch, wie ein General. Solche Entscheidungen sind ein wichtiger Bestandteil deiner Karriere und helfen dir, Führungsqualitäten freizuschalten. Für jede Führungsqualität gibt es Anforderungen im Spiel, beispielsweise zähle im ersten Viertel 10 Punkte oder verteile 5 Assists, ohne ein Turnover zu begehen. Wenn du die Anforderungen erfüllst, aktivierst du die Führungsqualität und erhältst gewaltige, aber nur vorübergehende Attribut-Boosts. Okay, das bedeutet, wir müssen uns jetzt für irgendwas entscheiden. Ist das ein neuer Text? Ja. Es gibt eine Vielzahl von Führungsqualitäten. Generalfähigkeiten helfen dir, deine Mitspieler zu stärken und Wegbereiter-Fähigkeiten helfen dir, mit gutem Vorbild voranzugehen. Schalte neue Führungsqualitäten frei, indem du Fähigkeiten-Punkte verdienst. Verdiene Fähigkeiten-Punkte, indem du in Gesprächen... Wie jetzt, indem du... Okay. Wir schalten gleich deine erste Führungsqualität frei und rüsten sie sofort aus. Du musst nur zum nächsten Bildschirm gehen und wählen. Solides Fundament. Anforderungen, erreiche eine Mitspielernote von B. Boost verleiht einen kleinen Boost auf Mobilität und Spielaufbau für dich und einen größeren Boost für deine Mitspieler. Schön simpel. Verwandle fünf Würfe von irgendwo auf dem Chord. Verleiht einen kleinen Boost auf Würfe von innen und Würfe aus der Mitteldistanz. Da ich noch überhaupt nicht vertraut bin jetzt mit dem neuen Wurf-System, gehe ich mal mit... solides Fundament. Gib mir das, Mann. Komm schon. Schau, ich sehe, was du gehst, Chef. Aber ich kann nicht pretend, dass ich mich mit dir kompetenzen sehe, Mann. Das ist nicht, wie ich Dinge sehe. Ich bin, Mann. Bro, wir sind wirklich überrascht, und du nicht sehen, dass du dich in konkurrenzieren mit mir sehen? See, das ist warum deine Fans nicht so gut, du bist. Du bist so. Oh, du bist da! Sag, ich bin, Chef! Listen, man, all I know is that maybe you're a better player, Shep. I've played in bigger games against bigger talent than you ever have. And I want more games than I've ever lost. So my track record speaks for itself, doesn't it? Now you go have a good game, my man. I'm gonna see you out here. Hey, your fans still don't like you calling us noise, Shep, the show's about to make some noise! Forget about him. Already done. Focus on the things you can control tonight. From a deep perspective, it's obvious. Play well, secure your spot in rotation. Hey. We want you here. We drafted you for a reason. Not him. Yes, there's noise. We hear it too. The good news is, you can control how loud a choir it is based on how you handle Shep tonight. I hear happy crowd change his name, Coach. That's all the fuel I need. It's a big game. Ooh, I've played a big game before. That's right. Now go, get it. I got you. Summer League Championship. Ziel, A oder höher? Six-Man, B-Plus oder höher? Top-Bank-Spieler, B oder höher? Schlüssel-Bank-Spieler, C oder höher? Rotations-Spieler, C oder niedriger? Ende der Ersatzbank. So, Hauptsache, wir legen jetzt mal los. Dreh durch. Naja, wir sind schon eine gute Kante. Zumindest von dem, was wir gerade gesehen haben. Ja, du. Wir werden das jetzt gleich selber rausfinden. Führungsqualitäten, wie man die im Spiel aktiviert. Ja, easy. Das könnt ihr ja gleich mal. Da krieg ich schon wieder direkt, äh, jedes Jahr. So, Höhe. Nee, Zoom. Genau, den Zoom mach ich dann immer noch eins weiter raus. Werd immer, ich zeig das immer auch in jeder Folge. Ich werd trotzdem jedes Jahr immer gefragt, Max, was für eine Kamera verwendest du? Da denk ich mir immer so, wenn jemand die Folge gesehen hat, dann sieht man doch, welche Kamera ich verwende. 2K, Zoom 4, Höhe 10. So. Für immer verwenden, bitte abspeichern. Danke. Und die ersten Points. Das hat sich irgendwie gerade ein bisschen komisch angefühlt. Ja, und Endone. Starkes Ding. Die nächsten Punkte für uns, 6-4. So, wir wieder gegen Owens. Ja, er hat wirklich BA. Ich meine, das Skillset hat immer für MP. Er ist Schnelligkeit. Pass kommt. Lock kommt. Und er fällt. Und das gibt für uns ein Assist. Damit B-. Spielt ihn raus. Nimm ihn. Bullseye. Boom. 12-4. Komm, wir attackieren den Post. Yes. Keine gute Defense von Owens. Und, ja. Fast Break. Uh. Und da ist wieder die Defense. Und der Rebound. Und Chandler. Covered by Mobley. Down low. Here's MP. Yes. Puh. Rein ins dritte Viertel. Äh, 38-12. Das Spiel ist natürlich schon so gut wie entschieden. Here's Gillespie. And here's MP. Ja. Also, punktetechnisch sind wir auf jeden Fall gut mit dabei. Zwar alles noch ein bisschen eindimensional. Aber, logisch, ohne Badges. Und ohne Attribute. Owens. Macht die Punkte. 15 Punkte, 6, Rebounds, 2 Assists. Die nächsten Punkte. Was ich mal ausprobieren möchte, aber ich bin bisher noch nicht irgendwie an den Spot gekommen. Einfach mal einen Mitteldistanzwurf. Ich liebe es, wenn jemand ein Bucket bekommen kann. Ja, der Offensee hat sich immer zu hoch gegründet. Nimm den Dreier. Setz ihn an den Ring. Und Bane. Yes. Und damit kriegen wir einen Assist. Übrigens habe ich total verpennt, irgendwie meine Boosts zu aktivieren. Bin da. Ihr seht oben, der Boost läuft jetzt runter. Boom! Owens in dein Gesicht. Buah! So will ich das sehen. Pass kommt raus. Nächster Dreier oder auch nicht. Okay, jetzt kommt schon das Double-Team auf mich. Jetzt drehen sie durch. Aber mich kann halt einfach niemand aufhalten. 72, 42. Ready! Und wir ziehen nochmal das Foul. Sitzt. Perfekt. Ja, sitzt. Perfekt. So knapp vor A+. 27,9,3. Shep Owens. What? So, wir schauen kurz rein in die Spieler-Statistik. A oder höher. Ja, also Six-Man ist uns erst mal sicher. Spielbericht. 27 Punkte, 9 Rebounds, 3 Assets, 2 Blocks, 12 von 13 aus dem Feld. Ja, das war natürlich jetzt auch noch nicht wirklich die Challenge. Also, jetzt wisst ihr, wo wir spielen, welche Position wir spielen und wir konnten das erste Duell gegen unseren Rivalen gewinnen. Ich bin mir ziemlich sicher, es gibt jetzt gleich einen kleinen Talk nach dem Spiel. Entweder mit Shep Owens oder vielleicht auch ja wieder, keine Ahnung, hat Perkins wieder irgendwas zu meckern. Übrigens sehr, sehr cool, dass JJ Reddick uns verteidigt hat. Das war die zweite Folge von 2K. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann lasst mir natürlich hier gerne auf dem Kanal ein Abo da, auch gerne ein Like, wenn es euch gefallen hat und dann bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao! Bis zum nächsten Mal.